So liebe Kaninchenjäger, für zwei Kaninchenkeulen mache ich erstmal eine Marinade, Pfeffer, Oliandersaat, Brot, Weinsalz, frisch gezupfte Thymianblättchen, das mische ich mit Olivenöl und mariniere damit die Keulen. Nach mindestens einer Stunde brate ich die Rundum-Goldfrau. Dann brate ich in der Pfanne Schallotten und Chantignonsblatt mit Rotwein ab. Dann kommt es in eine ofenfeste Form, die Kaninchen drauf und für eine Stunde, 10 Minuten bei 160 Grad, lege ich die Sauce in den Topf, Sahne dazu, ein bisschen Speisestärke mit dazu und fertig.